Einen wunderschönen guten Morgen! Es ist Montag, 7 Uhr früh. Zeit für den Montagswitz. Ein Mann zappelt im Schwimndecken wie Wilhelm und Herr und schreit dabei, Hilfe, Hilfe! Ich kann nicht schwimmen! Rettet mich! Wo auf dem Beckenrand ein Rollifahrer vorbeikommt und sagt, Hey bitte mach mit so einem Theater! Ich kann nicht gehen! Schrei ich deswegen so rum! Der Montagswitz! Das war der Montagswitz für die Woche. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like, abonniert den Kanal und erzählt den euren Freunden weiter. Ich wünsche euch damit eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Montagswitz.